ja hallo und hier das versprochene easter egg also das osterei ob es wohl vielleicht gar keins ist dann irgendwie nur so ein überbleibsel es gibt auf arthanas auf der insel hier so eine landzunge so da ist noch ein baumstamm und am ende dieser landzunge ist hier ein ja es gibt da will ich jetzt nicht hingehen aber es gibt hier ein felsen auf den klettern immer drauf genau kongruent zu diesen drei gestirmen also wir sehen im wasser das sieht aus wie so ein erkalteter vulkan krater und ganz da hinten da scheint was zu schweben da gehen wir doch mal hin und zwar springen wir jetzt doch mal rein ja so soll das nicht schwimmen wir mal in die richtung so da sind da schon ein bisschen näher gekommen aber so schnell geht das nicht das dauert eine ganze weile es sei denn werdet ihr gleich sehen so jetzt sind wir ganz nah dran und desto näher wir rankommen erkennen wir dass es so eine art granit felsen ist und es ist der einzige der hier so weit auseinander ist da oben hat sich da eben gerade was hingebeamt gespawnt auch so würde ich weiter schwimmen würde ich hier runter fallen na also hier ist die grenze vom see und wie eben schon angedeutet gucken wir mal jumpen wir mal hier oben drüber und was sehen wir etwas unheimlich und zwar nennt er sich erscheinung und mal tief in die augen wie heißt der was verstand da name help was ist das name help fragezeichen okay ich drücke drauf passiert nichts so erscheinung wir quatschen ihm mal an so und das ist jetzt nicht vertont wir wussten dass du kommen wirst mein meister wird triumphieren und die herrschaft der welt an sich reißen gib auf solange du noch kannst es gibt kein entkommen für dich gut das war auch all das ansonsten gibt es nichts mehr macht dann noch mal einen kurzen furz ja wer kann mir sagen was das ist ist das ein überbleibsel hat der irgendwann später noch mal eine funktion wir wissen es nicht also bis dahin abonniert mich guckt weiter rein verfolgt mein let's play es gibt mir einen daumen tschüss vielleicht finden wir noch mehr ostereier tschau